Ja, und was mir jetzt auch bei dem Beispiel einfällt, ist, dass ja, wenn wir das konkret hernehmen, dass ja unser unter Anführungsstrichen gemeinsames Ziel dann quasi die Werte und die Visionen des Vereines sind, dann zählt das für mich quasi gleichzeitig zu Unternehmenskultur. Und dann sind wir schon bei den ganzen Themen, die wir sonst immer besprechen, nämlich wie bringe ich neue Personen in meine, ich will jetzt ein Team sagen, in mein Team hinein, in meine Gruppe hinein, in meine Organisation, in meinen Verein, wie auch immer. Und wie bringe ich das rüber, was quasi auch meine Erwartungen sind von dieser neuen Person im Kontext dieses neuen Zusammenschlusses, sage ich jetzt mal, ob das jetzt eben ein Team, ein Verein, ein Unternehmen, wie auch immer. Und da sind wir eigentlich schon wieder viel mehr bei diesen klassischeren Leitungs- und Führungsthematiken sozusagen, weil dann geht es natürlich ganz, ganz schnell darum, wie du es jetzt gesagt hast mit der Supervision und Intervision ist, dann geht es natürlich schon darum, dass ich das anleite sozusagen, vielleicht als Führungskraft eben anleite, dass man sich dem gemeinsam nähert. Oder dass da ein Austausch stattfindet, das zu einer Entwicklung führt. Und wo mir jetzt auch wieder ein gemeinsamer Punkt vielleicht doch einfällt zwischen diesen Unterschieden, also diesen Führungsunterschieden zu Gruppe und Team, ist, dass in dem konkreten Beispiel jetzt, ist es auch in dem Fall, als Führungskraft liegt einem ja was an den individuellen Personen auch. Das heißt, auf der Ebene sind wir quasi gleich, ob wir jetzt von Team oder von Gruppe sprechen. Und eigentlich wird es ab dem nächsten Schritt spannend, weil man kann argumentieren, auf der Gruppenseite bleiben es immer individuelle Personen, die in ihrem individuellen Arbeitskontext sind. Und auf der Teamebene wird aus diesem individuellen Arbeitskontext ganz schnell eben ein gemeinsamer Arbeitskontext mit zwei anderen Menschen, drei anderen, vier, fünf, sechs Abteilungen und so weiter. Und da wird es dann auch wieder interessant, weil wir können bei dieser Grundebene von, wie du es jetzt auch am Ende gesagt hast, vom Vertrauen, von der können wir in allen Szenarien ausgehen. Das heißt, es muss immer quasi auf dieser Beziehungsebene losgehen und dann kann ich mich vielleicht ein bisschen in andere Richtungen bewegen, glaube ich.